Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück zu Interactivity, der Interactive Experience. Das letzte Mal lief es ja nicht so gut. Wir sind, nachdem wir den Button zum dritten Mal gepusht haben, aus dem Map geflogen. Gut, kann ich jetzt nichts dafür. Denn daher hätten wir den Button nochmals pressen oder pushen und let's go. Mal schauen, ob das Spiel überhaupt noch läuft. Ja, doch. Sieht fürstversprechend aus. Nur noch Stein-Texturen. Kleinig sieht so das Spiel aus. Wenn man die Map modelt. Alle Türen sind offen. Es bringt nichts mehr, die dringenden Sachen zu pressen, zu pullen, zu triggern. So ist es spätestens unheimlich, irgendwie. Wahrscheinlich wird eh nichts passieren, aber trotzdem. Okay, Pads. Gibt's denn hier jetzt noch die Tür? Also, die Tür, die keine Tür ist. Vielleicht gehen wir erst mal den normalen Weg. Okay, hier gibt's noch eine Tür. Okay, hier gibt's noch eine Tür. Die brauche Tür für mich. Das sind erstens es. Do not look at it. Do not press it. Do not push it. So, do anything. Der Button ist heilig. Wir sehen ja auch, was passiert. Do not push it. Gibt's noch ein Käfig? Es gibt nochmals ein Käfig. Ohne Soundeffekte nichts. Okay, die Exits sind am Arsch. Das heisst, wir müssen nochmals oben entlang gehen. Und den schicken Red Button zu drücken. Und den schicken Red Button Red Button zu drücken. Ich weiß, was du machst. Ach ja? Weißt du wirklich, was ich mache? Das Spiel ist broken. Ich hab's zerstört. Schau, hier ist ein weiterer Exit. Schau dir das Problem. Und wir brauchen jetzt Hilfe. Ja, die Exits sind kaputt. Sorry. Kann ich. Ne, da ging's zurück. Genau. Es ist dann wieder in den Wind. In den Lüffungsschacht. Um Den Button Viertes Mal zu pressen zu pushen zu drücken zu aktivieren um das Spiel finally zu zerstören. Vielleicht mal schauen was dann passiert wenn wir schon das letzte Mal durch die Map gefahren sind. Vielleicht stürzt es ja gleich ab und es kommt ne Fehlermeldung würde ich irgendwie noch feiern. Gibt's den Gartenzwerken noch? Gibt's nicht. Schau, denkst du, du hast die Regeln oder was? Ja, eigentlich schon ich. Breche ja die Regeln. There is no agency here. Let's go! Oh. Gar nicht mehr so dramatisch. Schade, irgendwie. Haben den Button gepresst, aber keine Sound, kein nichts, nothing. Keine Bell, sonst nervt. Kein Klingeln. Das Spiel ist kaputt. Ich hab's zerstört. Und es wird schwarz. Forth. Das vierte Mal gedrückt. Kann man das jetzt unendlich mal wiederholen? Ich frag's auch für'n Freund. Ähm. Ja. Irgendwie. War's nicht mehr so cool wie beim ersten Mal. Schade. Von daher, ähm, ja. Wir machen jetzt nur sechs Minuten. Etwas kurz für eine Folge. Ich würd sagen, ähm, wir gehen gleich weiter. Vorerst möchte ich kurz noch was schauen. Twelve Seconds later. Wir gehen weiter. Ich wollte nur mal kurz schauen, ob es irgendwie eine Limit gibt. Ist jetzt alles wieder normal? Ich glaub ich hab's durchgespielt. Hm. Oder auch nicht. Wieso hat's hier ein Lever drin? Es ist auch nicht alles normal. Das Spiel hat mich verharrt. Did you know? A Switch is actually just a tiny... Did you know? A Switch is... Oh. Rave Mode. Und schafft freigeschaltet. Gut. Ich hab mir gedacht, irgendwas muss es doch damit aus sich haben. Schlüssel hat's hier nirgends. Hab mich zumindest gerade nichts gesehen. Gallery 2. Valves. Plumbers disagree. Valves like this one are commonly used to shut off deadly steam. Did you know? A Switch is actually just a tiny valve that controls the flow of electricity. Okay. Did you know? A Switch is actually just a tiny... No. Andere Richtung. Von wo auch immer eigentlich das Licht hier kommt. Okay. Wir können nur diesen Weg... Müssen wir einmal herum. Aber irgendetwas stimmt immer noch nicht. Ich traue dem Spielen. Gallery 3. Keypads. Keypads. Wir haben keinen Schlüssel gefunden. Irgendwo hier rumliegen würde. Das heißt, die können den Button gar nicht pressen. Sein... 4. 3. 5. 6. 6. 7. 9. 10. 8. 8. 8. 3 0 1 9 3 0 1 5 6 7 8 9 Oh 0 1 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 8 9 9 10 10 9 10 11 11 12 12 13 14 15 12 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 23 23 24 24 25 25 24 26 25 25 Vielleicht ist der Lug auch extra... Und was von vorne jetzt? So halb zumindest. Champion Run Expertise... Scheint... Ist immer noch nichts, ne? Ich glaube mit diesem Gartenzwerg hat es halt auch noch irgendwas auf sich. I know what you're doing. I know what you're doing. Was... I'm doing it then? You just can't help yourself, can you? Even if you find a way to push the button, everything will just fade to white. The same as if you go through the exit. Okay. It's just an alternate ending. It doesn't change anything. Look, here's another exit. I wonder if you see the whole thing from the previous one. If yes, it won't be worth it anymore. Then... I just have to go out here. An exit. Hello. Again. Aber wir versuchen es jetzt nochmals. Und vielleicht... Passiert dann noch mal was spannendes. Mal schauen. Fun an... ... ... ... Interessante Geräusche Ok, der Loop ist doch nicht noch mal von vorne Unsere Sicht verschwärmt sich, ich glaube wir werden crazy, verrückt Oh Gott, do you think you're breaking the rules or something? I mean, this is all just a part of the narrative Kein Text, der gesprochen wird Monitor ist aus Really? Du hast das Zeugs hier? Das kann doch nicht dein Ernst sein Hätte ich jetzt einen Hammer mitnehmen sollen? Das bin ich jetzt hier hinten Alt-Shift-B to cheat Alt-Shift-B Okay Tutschi Ne drücke ich Ne drücke ich nicht Oh Okay Ja gut Aber kein Okay Ey das Spiel ist Aber wann ist damit fertig? Wann endet das alles? Wann hat das ein Ende? Was? Fifft War das jetzt das Ende? Hä? Ich check's nicht Naja ähm Vielleicht gibt's nochmal einen Durchlauf Mal schauen Auf jeden Fall Vielen Dank fürs Zuschauen Und äh Bis zum nächsten Mal Vielleicht Auch nicht Ähm Ja Tschüss Ähm Crazy See